Ja, fortfahren, würde ich mal sagen. Kann man das dann auch mit den Pfeiltasten machen? Bin mir ja nicht sicher. Aber das ist definitiv nicht mein Lieblingsspiel. Ah, kann man also. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Wir können einfach alle Tassen drücken, gefühlt. Okay, einfach alle Tassen drücken ist, glaube ich, das leichteste. Ich bin trotzdem keinem Freund davon. Meine Armee, meine Dämonen. Was ist jetzt passiert? Ich habe mein Volk gerecht, doch retten konnte ich es nicht. Minus Lass gut sein. Ich habe eure Worte nachgedacht, Velvet. Ich glaube, letztendlich habt ihr recht. Danke für eure Hilfe, meine lieben Freunde. War alles in Ordnung bei ihm oder musste er die Tränen unterdrücken? Ich meine, es tut mir so leid. Kuro, er hat das alles wirklich nicht verdient. Dann wiederum, wer hätte das schon? Schlüssel des Magos. Nur seine Wurbe verborgen. Was öffnet er? Befunden, das Fragment der Erde. Eins der fünf Fragmente der Magi-Schlüssel. Was ich tollsupport? aber der schlüssel es haben wir einen schlüssel und wissen nicht für was das ist also hier trennen sich unsere wege will dank für eure hilfe danke und ohne euch hätten wir den marcus nie geschlagen vor allem viele hat vollkommen recht verzeiht mir dass ich an euch gezweifelt habe es war mir eine ehre an eurer seite zu kämpfen oberst danke vergesst aber nicht den wahren helden koro ohne seinen taktisches genie hätten wir den marcus seine gruppe geschlagen ich könnte schwören dass er rot wird ich werde jetzt meinen bericht für den kaiser schreiben hoffentlich werde ich dafür nicht hingerichtet in gerichtet ihr habt doch nur befehle befolgt haltet ihn haltet ihr mich für so naiv irgendwann müsst ihr mir erzählen wir diese kaiserliche medaille gelangt seit ihr ihr müsst euch nicht entschuldigen ich war mit er ich war mit den riesigen vertraut und ich bin froh euch geholfen zu haben lebt wohl freunde er wusste die ganze zeit über bescheid und trotzdem er ist ein echter held hoffentlich geht alles gut für ihn aus einmal mehr haben wir die geschichte verendet diesmal zum besseren hoffe ich zumindest ich hoffe es auch weil er hat uns geholfen und er war eigentlich nett und er hätte es irgendwie nicht verdient er hätte es definitiv nicht verdient ein schlechtes ende zu erhalten glückwunsch ihr habt das fragment der erde vielleicht wird dieses überraschende erbündet zwischen menschen und dämonen die geschichte verändern es gilt so viele schmerzen auszulösen was bin ich selbst ein ding das ein menschen und das ein menschen und als ihr weitere von mir zu den fragmenten des magieschlüssels braucht kommt ruhig zu mir eine mischung aus mensch und riem von dämonia dämonia vollständig zerstört es ist unerträglich ich will das nicht sehen ich werde mit ihm sprechen wir sollten sie wahrscheinlich in ruhe lassen wusste sie dass fürst mennus an general dankens seite für uns gekämpft hat dann verschwand der sprul aus wie durch zauberhand manche leute behaupten dass er schon tot war und dass sein kriegsgeist zurückgekommen war um für uns zu kämpfen ein solches wunder verdient ein tempel seine fertigstellung mag jahrzehnte dauern wir werden aber genau hier ihm zu ehren ein tempel errichten vor dem krieg war dämonia eine wunderschöne stadt ein guter ort zum leben dreht euch bloß an was davon noch übrig ist wäre der markus noch bloß aufgehalten worden bevor er dämonia einnehmen konnte breite du musst ja 25 haben hat man ja immer schlimmer wunderschöne Ja, das ist gut. 5 schaden ist okay gerade hat wenigstens 2 bräuchten hier was ich sehe uns jetzt schon verlieren weil wir zu schwache karten haben es probiere ich es überhaupt natürlich gesagt was probiere ich es überhaupt mein dämonen leben länger als menschen aber mittlerweile gibt es nicht mehr genug von uns in ein paar jahrhunderten werden dämonen ausgestorben sein und das alles wegen magos wir kommen nicht oft menschen zu gesicht seit kriegsende trauen sie sich nicht mehr her vielleicht haben sie ein schlechtes gewissen nach allen was vorgefallen ist wir wissen aber dass magos verantwortlich ist 20 müssen zu viel ich sag gar nichts dagegen aber man soll sich ein bisschen heftig verlassen wir diesen ort wenn das menus ist ganz schön nachtragen aber ja es ist halt auch verständlich wenn hier wirklich ein tempel für ihn aufgerichtet wird ich würde es halt dann doch gern sehen den tempel so reisen wir einfach mal für den tempel jetzt hier noch mal durch die zeit da müssen wir noch mal zweimal weil eigentlich also die zeit ist eigentlich die richtige in der ich sein möchte weil ich dachte wir gehen ins alte dämonen und schau mal was da so los vor den tempel ach ihr seid den ganzen weiten weg zum heiligen tempel von menus gereist dann müssen wir ebenfalls die straße zur wahrheit beschreiten möge euch auf eure reise erfolgt beschieden sein mein freund wir gehören zu den letzten überlebenden dämonen doch die vergangenheit ist nichts weiter als staub und wir haben die wahrheit erlang heute ist ein neuer anfang gestern und morgen sind zwei seiten und ein und der selben desselben spiegels willkommen in tempel der das first menus gewidmet ist diese tempel wurde errichtet um die sterblichen rest des letzten dämonen aufzubewahren er wurde eigens entworfen um über dem wasser zu bleiben das alles überflut wird so können wir die welt erneut durchschreiten wenn wir in der fernen zukunft ins leben zurückkehren die first menus vor uns bewahren auch wir die hoffnung im herzen dass ihr den weg beschreitet der zur wahrheit führt er bist denn du igrid für manche geht alles gut aus andere wiederum kennen nur tragödien wie wir auch handeln das leben geht weiter es nimmt keine rücksicht auf das schicksal der menschen ihr dir nach der geheiligen kraft des feuer trachtet ich sehe seid ihr hellwach bringt ihr mir aber worum ich gebeten habe was hast du gebeten das ist es nicht manche geht alles gut aus andere wiederum kennen nur tragönen ich habe keine ahnung was er von uns möchte ihr liebesbrief ich habe keine ahnung was der von uns möchte ich habe keine ahnung was der von uns möchte den schlüssel wird er nicht wollen oder ich schätze ich nicht es ist ja schick aus und ich bin jetzt zeiten die borg rein aber war ja es ist halt die frage was möchte er es ist halt im grunde wie der andere möchte was aber wir wissen nicht was und ja der hat irgendwie was gebeten oder habe ich da irgendwie habe ich da was übersehen was irgendwie missverstanden wenn ihr einen plan habt schreibt es mal in die kommentare ich habe kein belassen schimmer verraten ich habe kein belassen schimmer aber ich habe kein belassen ich habe kein belassen stelle die dämonen von unseren kaiser lothair seinen streitkräften bezwungen die geschichte wird immer von den siegern geschrieben ok derzeit schon ist wutsch wutschi kattel Um. Wir sind halt doch gut. Wir sind nicht so schwach, wie wir aussehen. Wir sind nicht so schwach, wie wir aussehen. Du bringst mir kaum was. Das ist sehr gemein. Zumindest kommt er dann weg, der Pilz. Verdammt. Da haben wir so viele Schaden. Oh, Mist. Natürlich. Ich würde das iPhone schon nicht da lassen. Wie war das? Nicht da lassen. Wir haben so oder so keine Chance mehr. Oh Mann, oh. Gemein. Einfach gemein. So. Ich will eigentlich nur durch die Zeit reisen. Verdammt. Hier kommt er nur hier jetzt. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich will durch die Zeit reisen. Dann muss ich ja ins Boot. Das ist ein bisschen umständlich alles, aber... Ähm. Die Aktivitäten der Piraten haben in letzter Zeit nachgelassen. Das sind die einzigen guten Neuigkeiten. Wie es gibt der Katastrophe gab. Okay. Ihr seid ihr hierher gekommen. Ich hoffe, doch ihr seid keine Piraten. Bis neulich hielten sie die Insel besetzt. Doch etwas der Jähne hat sie vertrieben. Sie haben sich in ihren Unterstoff im Osten verschanzt. Ja, lassen wir. Reiß ich mir dann noch ein bisschen zu. Gut rüber. So. Einmal speichern. Ich gehe nur diese Zeit hätte ich gerne. Wollen wir die dann direkt mitnehmen? Ach, schade. Das sollte man aber so liegen lassen. Das könnte sonst zum Verhängnis werden. Das muss uns nicht zum Verhängnis werden, aber... Okay. Okay. Das kann man aber nicht. Okay. 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 mal. Das ist nämlich was ihr eigentlich vor hatte. Ach was für ein netter Junge Mann. Ja. Ja, 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 ein verbindlichen Effekten. Ich kann euch nicht weiterhelfen, Fergischen. Alle eure Freunde sind schon wach. Okay. Die sind aber noch nicht. Die haben doch noch drei. Das irritiert mich gerade. Der ist kaputt, das ist nichts Neues. Das ist auch nichts Neues. Gehen wir jetzt mal nach Hause. Jetzt mal schlafen. Ausgeruht. Ausgeruht. Und ja, jetzt erst mal. Planänderungen, würde ich mal sagen. Das mit der Erwecken hat ja nicht geklappt.